Das hat für Aufsehen gesorgt. Hinter Dan Killison Brandy Dye Loft. Und ich möchte wissen, ob du mit diesem Streit übereinstimmst. Aber bevor ich es dir erzähle, überprüfe, ob du schon den Kanal abonniert hast und die Benachrichtigungen aktiviert hast, um immer über alle Neuigkeiten informiert zu sein, wenn du ein echter Fan bist. Eintracht Frankfurt Legende kritisiert Topmeller. Trotz des sechsten Platzes in der letzten Bundesliga-Saison und der Qualifikation für die Europa League hat Eintracht Frankfurt in einigen Aspekten enttäuscht, so Uwe Bein, Vereinsikone und ehemaliger Weltmeister. Bein lobte den Endstand von Eintracht und bezeichnete ihn als bedeutende Leistung angesichts der Schwierigkeiten, die das Team bewältigen musste. Der sechste Platz war das, was ich erwartet hatte. Trotz aller Schwierigkeiten mit dem großen Umbruch, einem neuen Trainer und einer fast komplett neuen Mannschaft ist das eine gute Leistung, sagte Bein der Bild. Bein betonte jedoch die Bedeutung, aus den Lektionen dieser Saison zu lernen, um sich im nächsten Jahr zu verbessern. Er hob hervor, dass das größte Manko des Teams die fehlende Konstanz war. Der ehemalige Mittelfeldspieler wies darauf hin, dass es sowohl personell als auch in Bezug auf die Leistung auf dem Platz an der notwendigen Kontinuität mangelte, um eine gute Leistung über die gesamte Saison hinweg aufrecht zu erhalten. Forderungen in Topmaller Bein formulierte eine klare Forderung an Trainer Dino Topmeler, er muss seine Stammelf finden. Er sollte in der Lage sein, eine solide Mannschaft aufzustellen, in der die Spieler sich endlich verstehen und die Mosaikstücke zusammenpassen. Für Bein ist die Phase der Übergänge und Anpassungen, die Topmeler in der letzten Saison zugestanden wurde, vorbei. Er stellte fest, dass die häufigen Wechsel in der Aufstellung und den Rollen der Spieler die Entwicklung von Konstanz im Team verhinderten. Es war in der letzten Saison schwierig. Immer wenn es schien, als ob jemand bereit war und das Team stabil war, traten Sperren oder Verletzungen auf. So Candidars Team Nemo's Regendian Konstanz in Twickel. Neue Formationen und ständig wechselnde Rollen für die Spieler verhindern die Konstanz, erklärte Bein und verwies auf die Herausforderungen, denen Eintracht gegenüberstand. Bein glaubt, dass sich Topmeler in der nächsten Saison darauf konzentrieren sollte, eine stabile und kohärente Aufstellung zu etablieren, die es den Spielern ermöglicht, sich anzupassen und konstant zu spielen. Adlerträger, erzähle mir in den Kommentaren. Stimmst du mit allem überein, was Bein über Topmeler gesagt hat? Ja oder nein? Obwohl Eintracht auf dem sechsten Platz gelandet ist, gibt es unbestreitbar Dinge, die verbessert werden müssen. Vergiss nicht, ein Like zu hinterlassen, um deine Unterstützung für deinen Lieblingsverein zu zeigen und abonniere den Kanal, indem du die Glocke aktivierst, um benachrichtigt zu werden, wenn ein neues Update-Video erscheint. Ich freue mich auf das nächste Video. Ich freue mich auf das nächste Video. Ich freue mich auf das nächste Video. Untertitelung des ZDF, 2020